Hallo und Herzlich Willkommen hier zu LAPSWORD 2 LET'S PLAY! Ja! Ich hoffe, dass es vom Bildformat passt. Weil... Ehm... Irgendwas ist da faul gewesen. Also irgendwie ist das jetzt nicht mehr im Vollformat, wie es eigentlich mal war. Verstehe ich auch nicht. Es muss jetzt irgendwie halt so ein bisschen anpassen. Ich weiß natürlich nicht, ob es passt. Ich hoffe es natürlich schon. Vielleicht ist ein bisschen was abgeschnitten. Ich weiß es nicht. Oh, Boss Level. Ah, ok. Ähm... X, ok, X, gut. WTF, da habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Och, das wird glaub' nichts, ey. Oh, Mann ey. Ich habe kein gutes Gefühl, ey. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe kein gutes Gefühl. Das ist einfach so. Ich schieße den besten. Äh, alle auf jeden Fall mal kaputt. Damit die mich nicht umbringen können. Weil ich will jetzt hier kein großes Risiko eingehen. Ach, die Schnecke da oben, die hat meinen Topf. Den brauche ich. Oh, Scheiße. Hä? Nein. Doch. Ich habe gerade gedacht. Bitte, bitte, bitte. Nein! Nein! Aber kein Risiko eingehen. Hui. Halbarm habe ich ja hier alle... Ja, ist ein bisschen komisch. Ah, mit der Ruhe. Ach, ne. Leute, es tut mir leid, wenn ich nicht alles einsammle, aber ich will nicht so viel Risiko eingehen. Bitte. Ne, oder? Da muss ich jetzt sogar noch aufpassen, ey. Nein! Ach, darf nicht wahr sein. Was ist das? Oh, Scheiße, was? Boah! Wie ich's doch hasse. Ja, deine Sachen sind nicht mehr geschützt. Boah, eh, es darf nicht wahr sein. Ohne Scheiße, es nervt so richtig. Wie will ich da hinkommen? Ah, okay. Ah. Nein! Es darf nicht wahr sein. Ah, ich war mir so sicher. Ah, jetzt muss ich das alles schneiden, nur wegen dem scheiß Avast. Wie ich es doch hasse. Landet euch niemals Avast runter. Nein, das darf nicht wahr sein. Ah, der hat so ein langes Schwert, das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Boah, ey, verkack hier noch alles, ey. Ah, tut mir leid, wenn ich mich hier sehr ein bisschen konzentrieren muss. ja ist aufregend das ist sehr aufregend wallchamp, ja das kenn ich ok ihr könnt mir nix anhaben, ihr seid alle nur schwachköpfe äh, da kann man doch was anhaben hä was soll das ist ich hab gedacht, der ist so ein Schutzschild hä ach so wenn ich, ach so hab ich das schon aufgebraucht das war mir natürlich jetzt nicht so klar es darf nicht wahr sein, es darf nicht wahr sein es darf nicht wahr sein, ey ich will nicht alles mal von vorne machen aber es sieht leider gerade so ein bisschen danach aus oi 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 gerade richtig neben gehen können so richtig die platten die sich so abzeigen wenn man drauf geht nein warum warum bekomme ich gleich ein ganzes ding abgezogen das darf nicht wahr sein ich verstehe es nicht mehr ehrlich gesagt warum kann mir das jemand erklären ich verstehe es nicht ich verstehe es aber nicht warum 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 okay die sehnen sich nicht ab das ist ja schon mal ein großer vorteil aber die senkt sich ab stimmt oder habe ich recht ich bin so dermaßen fertig fuck leute wir müssen jetzt echt aufhören das ist mir jetzt echt gerade zu fucking anstrengend aufregend das gibt es gar nicht kann man da so irgendwie was dazu kann man bestimmt was kaufen dann muss man ein bisschen geld investieren ich habe keinen bock das nochmal verfallen zu machen ja das war ja so anstrengend aufregend alles ich weiß nicht ob ihr das versteht auf jeden Fall das ist richtig heftig und deshalb würde ich mich jetzt verabschieden und sagen tschüss und bis zur nächsten Woche hoffentlich und dann bis zum nächsten Mal